Jo, ein Halli Hallöchen, hier ist euer Vinny mit Wonderful Ships Legends, ein Informationsvideo zu dem Thema Boosterform. Und zwar, ihr seht unten steht Hinweis, jede Belohnung kann nur einmal täglich erhalten werden, unabhängig von der Anzahl der verdienten Medaillen. Das heißt, wenn ihr einmal am Tag einen Kragen freilasst, bekommt ihr 10 Schiffs-Erfahrungspunkte-Booster der Stufe 1. Und dasselbe ist unten drunter mit dem nächsten und ganz unten mit den Gefechtsboostern könnt ihr insgesamt 110 am Tag euch der Stufe 2 freischalten. Finde ich eine sehr geile Sache, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das noch nicht wusste. Jetzt wisst ihr es und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues erklären bzw. zeigen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeikommt, alles-oder-nix-tv. Und da könnt ihr auch sehr gerne mal mitschippern. Und natürlich würde ich mich da über einen Follower freuen und auch auf YouTube, um weiteren Content mitzubekommen. Ich verabschiede mich hiermit und tschö mit ö, euer Vinny. Viel Spaß in World of Warships Legends und viel Spaß mit Boosterform. Haut's rein!